Es gibt eine sitzende Vorbeuge, die nennt sich Janu Shishasana und die wird ganz häufig unterrichtet mit dem Becken parallel nach vorne. Das ist, ich möchte nicht sagen falsch, aber es nimmt einen Teil der Möglichkeit, die man in dieser Position hat. Stell dir vor, du kommst aus einer Rückwärtsbeuge und dein Rücken ist eher so ein bisschen dicht von der Spannung der Rückwärtsbeuge, ist eher auf eng geschaltet. Was hättest du gern? Du hättest gerne eine Position, die dem Rücken Raum gibt. Und der Rücken hat natürlich rechts und links und links der Wirbelsäule und aber auch direkt an der Wirbelsäule ganz viel bandhaftes Material und muskuläre Züge. Wäre also schön, man könnte erst einen Teil auf der einen Seite, dann einen anderen Teil auf der anderen Seite der Wirbelsäule lockern, um dann sozusagen einen Rest in der Mitte zu kommen. Und genau dafür ist Janu Shishasana gut geeignet. Janu heißt Knie, Shishasana ist der Kopf. Das heißt, die Position impliziert schon vom Namen, dass der Kopf zum Knie soll. Was impliziert das noch? Dass der Rücken wahrscheinlich damit rund wird. Und rund ist für den Rücken halt anatomisch gesehen lang. Den Rücken lang zu lassen, also optisch lang, heißt eher, dass er auf Spannung bleibt. Wenn du das linke Bein nach vorne streckst, den rechten Fuß mit der Sohle an die Innenseite des linken Oberschenkels gibst und dein Unterschenkel rund parallel zum kurzen Mattenrand nimmst, wirst du merken, ist dein Becken nicht mehr parallel nach vorne. Wenn ich mich jetzt, Länge mit der Einatmung, drehe mit der Ausatmung, dann siehst du schon, wenn ich jetzt nach vorne lehne, wird der Abstand zwischen meinem rechten Becken und dem unteren Rücken größer als der Abstand im linken Becken. Und genau da läuft ein Muskel, der Quadratus Lombo, rum, der ganz, ganz wichtige stabilisatorische Eigenschaften hat, dem wir ein bisschen Raum geben können, wenn wir so arbeiten. Das heißt, Einhaben aufrichten, Aushaben schulterparallel nach vorne. Jetzt lehne ich so weit vor, wie mein Bein das Becken und damit den langen Rücken kippen lässt. Fass, was auch immer ich fassen kann, das kann auch ein Gurt oder eine Decke sein. Und jetzt kommt die eigentliche Wirkung, bis jetzt war es Bein und ein bisschen rechte Hüfte. Aber wenn ich mich jetzt auf den rechten unteren Rücken konzentriere und mich lang mache, um mir lauber rund zu werden, leicht rund, mich nach vorne ziehe, dann muss Ansatz und Ursprung, also die Verbindung zwischen den unteren Rippenbögen und dem rechten Becken auf der rechten Seite einfach länger werden. Das heißt, ich bringe auf einer Seite dieses Muskels deutlich mehr Raum. Und dann werde ich sein. Vielen Dank.